Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogramm-Card gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Und jetzt willkommen zu einer neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Elfmeter-Schießen, Leute. Und zwar Topspiel der Premier League. Liverpool. Just United. Okay, Topspiel ist eigentlich nicht wirklich. Liverpool gewinnt eh, Leute. Die gewinnen eh das Spiel. Was meint ihr, Leute? Wer gewinnt? Hashtag man, ihr hört sich Liverpool ab in die Kommentare. Falls ihr mich haben, Leute. Gerne kosten uns, abonnieren. Blog aktivieren, täglich einstellen. Wenn ihr wisst Bescheid macht, die eine Milliarde Likes voll. Der ist auch dabei. Alles klar bei dir? Nee. Ja, nee. Einfach nee, ey. Checkt euch einen Shop aus. Nice ist ein Schwarz-Weiß, ein Zischholz-Pullover, ein Orange. Blau. Nee, nee. Oh, blau. Und den Grün in vier Farben gerne abchecken. Link ist oben in der Beschreibung. Kissen. Da sind drum auch. Nice. LED-Lampe am Start, Leute. Handyhüllen am Start, Leute. Orange, blau, rot, grün am Start, Leute. Gratis Autogramm-Karte am Start. Gibt es auch dazu. Also checkt es gerne aus, Leute. Wenn ihr Lust habt, wer auf jeden Fall fresh, wie immer, gibt es die Software-Bestrafung. Für die Verlierer sind Kugeln noch drin. Ich hoffe mal, ne? Ich habe nicht nachgeschaut. Ich hoffe, wir sind noch genug Schuss drin hier. Ihr wisst es, wie immer. Für die verschossenen Schuss kriegt man Bestrafung, ne? Das heißt, wenn er 4-2 gegen mich gewinnt, zwei Schuss auf meinen Neck. Okay, nicht auf meinen Nacken. Der kann sich auch so, wo hinschießt, ja? Vielleicht auch auf meinen Nacken. Wer auch mal eine Sache macht. Scheiße, was treibt mich. Jetzt habe ich den auf Ideen gebracht. Das ist nicht gut. Kann sich auch suchen, ne? Er kann auch suchen, ja? Sollte es 3-0 ausgeht, sollte er 3-0 gegen mich gewinnen oder ich 3-0 gegen ihn, dann kriegt der Verlierer 5 Schuss. Ja, anstatt 3. Er hat ja nur 3 verschossen, aber kriegt dann 5 Schuss. Weil, wenn man alle 11er verschossen hat, kriegt man eine kleine Bestrafung. Extra Hardcore-Bestrafung kriegt man 5 Schuss instant. Und wenn man alle trifft, ja? Dann kriegt der Gewinner oder beziehungsweise die Bestrafung vom Verlierer wird verdoppelt. Das heißt, wenn er 5-4 gegen mich gewinnt, kriegt er eigentlich nur 1 Schuss. Durch, dass er alle 5 getroffen hat, wird er belohnt, kriegt er 1 Schuss. Oder wird meine Bestrafung verdoppelt. Ja, es wäre sonst 1 Schuss, es wären 2 Schuss. Es geht, glaube ich, eh nur in 5 zu 3. Also kann es bei dieser, ja, Verdopplung sozusagen maximal bei 4 enden, ja? Rekord ist 6 Schuss, ja? Ich habe einmal 6 Schuss bekommen. Schauen wir mal, wie es aussehen wird. Mal gucken, Leute. Ich muss sagen, wir haben beide gute Teams eigentlich, ne? Boah, Salat, 90, Abschluss, ja, Junge. Mann, er hat 87, Robert, 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 85, kranker Abschluss, hast du dabei. Aber 11er-Werte, naja. Ja, aber ich muss sagen, wir haben beide eigentlich stabile Teams. Roberto Gaisinni. Roberto Gaisinni ist auch noch dabei. Ken Dennings, ne? Früher bei Hoffenheim gewesen, ey. Kann man gar nicht mehr glauben, dass Roberto Fiumi noch bei Hoffenheim war. Ich rede von Gaisinni. Ja, Robert. Bei Hoffenheim? Roberto Gaisinni. Robert Gaisin war mal bei Hoffenheim, ey. Wo war der bitte bei Hoffenheim? Kurze Zeit bei Hoffenheim geschwürzt. Danke, Willa, kein Morg. Schuhe haben nicht gefallen. Schuhe haben nicht gefallen. Und da gab es um 12 Uhr kein Mittag. Dreck, oh war scheiße. 12 Uhr kein Mittag bin ich gegangen, oder? Ich hatte keinen Bock auf die Scheiße. Dann Firma. Okay, danke, Sam. Firma. Was haben wir hier? Firma. To fuck off. Okay, bist bereit. Ich bin, glaube ich, schon ready, ey. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, wir haben hier nur Scheiße, Alter. Ich mach das so was Hälte gemacht, Alter. Ich wollte einfach gerade irgendwas tauschen, aber bei mir ist schon alles perfekt. Ich brauche nichts tauschen. Deswegen, würde ich sagen, starten wir. Bist du bereit? Und jetzt go. Er hat Fabinho, Leute. Besten Elber-Schützen im Spiel mit 91. Der hat 66 Abschluss. Ja, aber Harry Kane. Dem Jungen vertraut ich gar nicht. Selbst Harry Kane hat nur 90 Elber und der hat 91 Elber. Also das ist der Beste. Oh, ich hab Pogba, nee. Ja, reg mich genauso auf wie dich, ey. Scheiße. Er reg mich noch mehr auf, ey. Nee, nee, Alter. Pogba ist so crazy, ey. Guck mal, jetzt guck ich nach rechts. Na links. Rechts. Links. Rechts. Links. Ah, ich hab's Glück gehabt. Hab ich eigentlich nach links gezogen? War nicht so obvious, Alter, dass ich nach rechts und nach links ziehe, weil ich bin Takt geblieben. Nee, du ziehst immer in eine Richtung und dann wieder links. Ich zieh's, glaub ich, 90 Prozent meiner Elber von Torwart aus nach rechts, von unserer Seite, von Schützen aus nach links geschossen. Jeden, wirklich nicht jeden, aber 90 Prozent der ersten Elber. Ach, ist das schlecht. Und ich schieße jeden in die Mitte, weil ich nicht rechtzeitig rüberkomme. Ja, ist wirklich so, ey. Alter, warum hat Marcial so eine losste Ausdauers? Marcial? Marcial? Nicht Marcial, sondern Marcial. Antony, Antony Marcial, der YouTuber namens ApoRed. Let's go, Alter. Let's go, let's go, Marcial! Die haben sich da schon weggedupft, weil die sich dachten, was das schon scheiße ist. Ich glaube, Kontrollas kaputt. Kann das sein. Nein, Salam. Kontrollabisch noch kaputt. Bist du kaputt, oder was? Spendlich. Was ist bei dir los? Okay, ab geht's. Salam mit dem Wuschelkopf gegen Davide. Ja, den haben wir. Das Ding holen wir uns. Gleichstand ist back. Come on, Raji. 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 Rushford. Nein, Alter. Warum mach ich einen Lupfer, ey? Ich bin so ein Stück Scheiße, ey. Speed in, speed in, speed. Schieß du nicht so schnell. Gonzales. Ich habe komplett nach rechts gezimmert. Ich weiß nicht, warum der da nach links zieht. Warum lässt er nicht einfach seinen Fuß ab? Kurz stehen. Zieht ihn erst hinterher nach, ne? Scheiße, Alter. Guck mal, hier sind zwei dieselben nebeneinander. Das ist ein Zwilling, oder? Und hier sind drei dieselben nebeneinander. Ich glaube, die Fans sind... Das ist ein Fünsling. Ich glaube, das sind eh nur so sechs verschiedene Personen oder so. Ich muss schießen, Alter. Jetzt hat er mich wieder fasst. Er will mich wieder ablenken, Alter. Ich schwör's. Ey, ich habe nach rechts gezogen. Jetzt hast du mal mein Leid. Scheiße, Alter. Oh, nee. Roberto Gazzini, ey. Gazzini früher war hoffnig. Kann auch noch die Entscheidung bringen, Alter. Ich fass es nicht. Ich kack in die Hose, Alter. Komm. Oh, Alter. Der war richtig knapp. Der war richtig heftig gewesen. Der wäre da reingegangen. Boah, scheiße. Ich muss jetzt treffen. Ich muss jetzt halten, ey. Dann kann ich wieder back ins Game kommen, Alter. Nein, bitte nicht. Boah, sonst kriege ich vier Schuss, wenn ich jetzt nicht treffe, Alter. Bitte, ich muss den treffen. Sag's nicht, dann kriege ich gleich noch. Du gewinnst eh, aber dann kriege ich nur drei, weißt? Oh, Junge, Alter. Ey, guck mal. Das haben wir auch selten, dass er vom... Ja, Junge, ich hab nach rechts gezielt, Alter. Ah, nee, das ist mal scheiße für mich, ey. Jetzt kriege ich doch wieder vier Schuss, ey. Nein, ich kriege vier Schuss. Ja, Digga, McTommy, ey, wir sind wieder back, Alter. Oh, du musst jetzt treffen, Alter. Komm, Alter, wir hatten das jetzt hier. Komm. Ja, wir haben es so gewonnen, Alter. Ich fass es nicht. Ich hab wieder nach rechts gezielt, das ist so peinlich. Junge, 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 Alter. Wir können Controller tauschen von mir. Du wolltest eine Kontrolle haben. Leute, ich dachte schon, ich hätte verloren. Alter, einfach den ersten getroffen, dann vier... Nee, drei Elber verschossen und dann wieder noch rangekommen, Alter. Nice, ey. Ey, Mann, die waren doch echt alle knapp, ey. Ja, gut, aber der war scheiße. Der war aber auch wieder knapp. Ja, weil der Redner, was macht der, Alter? Liste fast durch, ey. Okay. Boah, ich bin froh, weil der Typ hätte bestimmt auf meinen Nacken geschossen. Wie viel Schuss kriegst du? Ich bin ein bisschen bescheuert. Fünf wahrscheinlich. Nein, fünf kriegst du nicht. Warte, ich muss nicht schauen. Ich glaub, vier. Oder drei sogar nur. Warte mal. Warte mal, wie viel ist er ausgegangen? Ach, scheiße, wir haben das Ergebnis weggedrückt. Ich vollidiot, Alter. Drei, zwei ist ausgegangen, aber wir waren beim sechsten Schuss. Das heißt, du kriegst vier. Vier Schuss auf den Nacken. Das will ich sehen. Nein, du kriegst... Das will ich sehen. Hä, wie willst du das jetzt sehen? Irgendwo. Irgendwo. Hallo, das war der sechste Schuss und du hast zwei getroffen von sechs. Also du kriegst vier Schuss. Du kannst mir vertrauen. Bullshit, Mann. Ich mach, äh, warte, warte. Und Oma, Oma. Moischt. Hab ein bisschen Verteilung. Schöne Verteilung, Moischt. Bissle Dunkel gehabt. Fette Sache, Moischt. Aber noch reichlich, Moischt. Bist ready? Bist ready? Gefragt? Ich schieße uns doch nicht. Digga, ich dachte, ich hätte dich getroffen, ey. Der Typ hat gar keinen Mucks von sich gegeben. Ich dachte, ich hätte dich nicht getroffen, Alter. Was ist da los? Toll, den scheiß Ding hier, wenn du so ein Kekig-Ding soll hier hoch. Lass mich in Stuhl in Ruhe, ey. Der ist schon drei Jahre alt, Moischt. Ich bin Geburtstag bald. Bald Geburtstag, Moischt. Ich kriege neun Stuhl. Wie man das? Mein Baden. Natürlich. Drei. Zwei. Hast du, als du bin ich da auf den Arm gemacht? Ah, du bist doch, ey. Ey, Junge. Du kriegst du eine Aufnahme? Mach jetzt auf die Bade, Mann. Ich hab' vor, du hättest, ich hab' vor, du hättest, ich hätt' dir ins Gesicht geschossen. Ui, zwei, 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 zwei. Du kriegst, Mann. Ja, du, sei doch vor. Ah, ich hab' ich überhaupt... Malz! Warte mal, kurz Frage. Hab' ich dich überhaupt getroffen, oder ist der hängen geblieben? Natürlich hast du mich getroffen. Das sah so aus, als wär' der im Pulli hängen geblieben. Na, im Pulli hängen geblieben. Sei froh. Ich kenne, du hast wahrscheinlich gar keinen Schmerz verspüren. Der zu genug Glück gehabt, war dumm von mir, Alter. Zeh. Guck mal kurz. Was machen wir? Scheiße, ey. Den rechten kannst du nicht treffen. Ich lege den Klammer. Scheiße, stimmt. Ich kann auch links machen. Drei. Jetzt bist du verunsichert, Mann. Jetzt weißt du nicht, wo ich hinballere, Mann. Wow. Jetzt krieg ich einen. Ich kreffe meinen Kopf an. Jetzt krieg ich Angst, krass. Zwei. Eins. Hä? Hä? Mit Tev? Warte. Bleib locker. Tut mir leid. Hä? Jetzt geht wieder der Einzelschuss nicht. Muss ich halt automatisch stellen, Mann. Junge, warum lässt du mich so lange zittern? Ja, es ging nicht wieder. Der Einzelschuss war wieder am Arsch, Alter. Nee, du hast mich mit der linken Bade so lange zittern lassen. Allein wegen dem Schuss da vorne. Passieren, Mensch. Letzter. Rechter Arm. Drei. Treff nicht mein Gesicht. Ja, Junge, wie soll ich dein Gesicht treffen? Ja, dann treffst du irgendwie, wenn du voll wie du bist. Nein. Geht gar nicht, ey. Schieß. Drei. Zwei. Eins. Oh, hab ich zwei Schuss? Ich glaub nicht. Hat sich doch... Hat sich doch... Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ihr seid dabei. Check again in Shophouse. Nice Design. Schwarz, weißer C-Shots, Pullover, Leute. In orange, in rot, in grün und in blau. In vier Farben. Checkt's gerne aus. Kissen, Tassen, Tonbeutel. Nice LED-Lamp. Auch noch am Start, Leute. Handyhüllen am Start. Orange, blau, rot und rot. Und, wie immer, Gratis Autogrammkarte gibt's auch noch. Zu eurer Bestellung dazu. Also, checkt's gerne aus, wenn ihr Lust habt. Wäre fresh, Mann. Ich danke euch, Leute, für euren Support. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Oder auch nicht. Sehr weißer. Macht's gut, hau Reinhardt. Ciao! Ciao!